Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial wie kriege ich Kohle in meiner Fabrik und zwar startet ihr an dem sehr berühmten Arc an diesem Bogen den ihr hier sehen könnt und wir drehen uns erst mal um und gucken grob in Richtung Norden da seht ihr diesen großen Berg und diesen Felsvorsprung und wir müssen genau in diese Richtung wo der Explorer steht wenn ihr jetzt oben mal auf das Display schaut in diese Richtung müssen wir auf der Karte sind wir hier hier ist der Arc also dieser Bogen und wenn wir jetzt nach oben gehen müssen wir nach dort hier ist der kleine See und da müssen wir hin an dem See angekommen den seht ihr hier unten gehen wir rüber zu dem tollen Strand da sind die Rippen so sieht es rundum aus da müssen wir runter so von da oben sind wir gekommen hier unten angekommen an diesem Strand gehen wir immer noch Richtung Norden ungefähr und wenn wir jetzt hier mal Kohle pingen dann werden wir gleich sehen 4 Kohleadern hier direkt vor Ort ich habe die schon mal mit dem mk2 meiner angeschlossen ich gehe mal hier auf mein Lager drauf und wir haben hier 1 2 3 4 Kohleadern direkt vor Ort die wir hier benutzen können 4 mal Kohle das ganze findet ihr wie gesagt hier oben an diesem kleinen See da wo meine Markierung sich jetzt gerade befindet 3 1 2 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020